Da steht die Abwehr sicher. Da geht Pogba in die Offensive. Jetzt die Gelegenheit. Da ist das Tor. Und jetzt fließen sie vorne. Sehr gut gemacht. Den schießt er präzise in die untere Ecke. Und da gab es dann auch nichts zu halten. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür.